Ja, danke mal. Ja, ich teile im letzten Gedanken, teile ich unbedingt nach Hoffnungsvorkommen. Ich würde nur ganz gerne ein bisschen warum eigentlich. Also ich kann Hoffnungsvorkommen sein, ich kenne Uwe auch seit 1972. Ich habe die diversen Epochen auch aus eigener Anschauung erleben können. Und ich finde eben, also ich bin Hoffnungsvorkommen, weil ich weiß aus der Vergangenheit, die Kubaner und die Kubanerinnen haben immer wieder versucht, weiterzukommen und Verschwierigkeiten zu überwinden. Aber ich hätte mir eigentlich, ich habe mir heute gewünscht, dass wir da ein bisschen profunder drüber reden können. Und Sie haben sehr anschaulich geschildert, wie groß die Schwierigkeiten sind in dem Land. Aber ich bin dann doch irgendwie ein bisschen unzufrieden, weil das weiß man ja auch. Also hier sitzen ja lauter Kuba-Freundinnen und Freunde. Man weiß ja auch, wie schwer die 90er Jahre waren. Aber es wird eigentlich allgemein in der Literatur und eigentlich auch in Ihrem Buch gesagt, dass es so ab Anfang der 2000er Jahre eben besser wird. Das haben wir ja auch jetzt hier nochmal geschildert. Also insofern könnte man sozusagen dann doch die Frage stellen, warum wird dann jetzt hier zum Schluss immer noch weiter darauf hingewiesen, wie schwierig die Verhältnisse sind, anstatt mal zu gucken, was genau, was genau ist es denn. Also es ist ja auch in den Garnia Mectus oder wie die ja da heißen, relativ konkret gesagt worden, wo sind die Punkte, wo wir ansetzen müssen. Also ich hätte mir von Ihnen gewünscht, dass Sie da tatsächlich auch konkreter werden. Und wenn Sie nicht genau wissen, was da in Kuba jetzt passieren wird, woher auch, das wird ja gerade alles immer noch diskutiert, wäre aber dann doch auch mal irgendwie interessant, so zu hören, welchen Rat hätten Sie denn als nicht unwichtige Person in der alten DDR, also als jemand, der erlebt hat, wie Sozialismus aufgebaut wird und wie Sozialismus zusammengebrochen ist, welchen Rat hätten Sie denn da, welche Fehler man machen, die man auf keinen Fall machen sollte. Nicht, dass ich finde, dass wir den Kurbanern irgendetwas erzählen sollten, vorschreiben sollten, aber unter Freunden kann man sich ja auch mal gegenseitig sagen, das haben wir ganz blöd gemacht und da solltet ihr aufpassen und das nicht machen. Und ich habe, also sowohl in Ihrem Buch, als auch jetzt heute beim Vorschach, wundere mich immer wieder über solche Dinge wie der Weg zum normalen Sozialismus oder also ich meine, was soll das sein, der normale Sozialismus oder eben die These, ja, wenn man dann von Kapitalismus umgeben ist, dann muss man auch kapitalistische Elemente in seinem sozialistischen Weg, also das ist doch irgendwie unküppend. Und der Sozialismus war natürlich immer vom Kapitalismus umgeben und es gibt auch eigentlich genügend Erkenntnisse darüber, dass es so ein bisschen Kapitalismus im Sozialismus nicht geben kann. Also da wäre doch wirklich mal interessant zu gucken, was lernen wir aus der Geschichte miteinander. Also das ist der eine Punkt. Und dann ganz konkret zu den Punkten, die ich jetzt in Bezug auf Kuba überhaupt nicht begreife, ist eben, also in den 90er Jahren war es wirklich schrecklich. Sie haben gerade selber gesagt, 80% der Nahrungsmittel mussten importiert werden. Es ist aber heute, wo es besser ist und wo Sie meinen, wir können so hoffnungslos sein, ist es immer noch ziemlich schrecklich, nämlich immer noch müssen zwei Drittel der Nahrungsmittel importiert werden. Und das ist verdammt mehr, als in all den armen karibischen Inseln drumrum rum. Also das ist ein normales Phänomen in Lateinamerika und in der Karibik, dass diese kleinen Länder und die armen Länder nicht Selbstversorger sein können. Aber also dass es wirklich schlechter ist als in anderen Ländern, das ist doch irgendwie ziemlich erschreckend. Und da ist eben dann die Frage, bitte, was soll denn da werden? Und wir haben, Sie haben selber von den Genossenschaften gesprochen, von den landwirtschaftlichen Genossenschaften, aber die sind ja auch schon, die sind ja auch schon in den 90er Jahren entwickelt worden. Da ist, die sind, die haben nicht gut geklappt. Jetzt werden neue gemacht. Und das, finde ich, müsste einfach mal konkreter gesprochen werden. Und, ja, das hätte ich mir gewünscht. Ebenso zum Beispiel die Frage mit den Rücken, mit den Energien. Nein, nein, das muss ich jetzt noch sagen. Also ich finde es einfach vollkommen, wir haben uns das ja jetzt auch gerne angenommen. Nein, doch, aussprechen, Meike. Mit den Energien ist in den 90er Jahren unter der schrecklichen Armut ganz, ganz interessant viel gemacht worden mit regenerativen Energien, mit kleinen Projekten, wo sehr viel Waren umgekommen ist, die auch effizient gearbeitet haben. Und ich fand auch sehr faszinierend und beeindruckend, dass man merken konnte, es hat immer Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gegeben in Kuba, die an diesen Bereichen arbeiten konnten, die wirklich groß gehypt in der Zeit. Vor dem Zusammenbruch des Sozialwissenschafts. Aber die hatten Arbeitsplätze, die hatten Forschungskapazitäten, die konnten mit der Arbeit. Dann, als es in den 90er Jahren so schwer wurde, konnten diese Leute mit grüner Technologie wirklich arbeiten. Die haben sehr, sehr viel bewirkt in diesen 90er Jahren. Ich würde gerne wissen, ob das weitergeht. Oder ob jetzt die Tatsache, dass die große Hilfe von Venezuela gekommen ist mit dem Öl und die auch eine relativ gute Hilfe von Brasilien und sehr viel Hilfe aus China, ob das bedeutet, dass, ich finde, eben sehr viel vernünftigeren Wege alle wieder aufgelöst werden. Also Sie selber reden in Ihrem Buch und haben auch heute Abend geredet von modernen Maschinen, von modernen Generatoren, die unabhängig vom nationalen Netz arbeiten können. Aber was heißt das denn? Dann wird da Benzin reingegossen oder was? Also ich meine, wie arbeiten die denn in diesen Generatoren? Das wäre doch interessant zu wissen, auf welcher Basis wird da die Energie-Revolution vorangetrieben? Was passiert da eigentlich? Und genauso die Frage mit der Umverteilung. So wie Sie die heute Abend angesprochen haben, bin ich da sehr unzufrieden mit. Es mag sein, dass da wegen der großen Dimensionierung große Schwierigkeiten entstanden sind und dass man das heutzutage anders angeben muss. Aber es kann nicht sein, dass man so tut, als gäbe es da nicht arme Leute, die eben keine Bezüge aus dem Ausland haben und nicht in der Tourismusindustrie arbeiten oder in der Tourismusarbeit und die genau darunter leiden, wenn da jetzt marktgesetzmäßig die Preise erhöht werden. Ich glaube, ich meine, das war schon fast ein eigener Vortrag fast. Da haben wir noch eine Wortmeldung. Vielleicht passen wir noch ein, zwei Wortmeldungen zusammen und dann kannst du vielleicht zusammen da antworten. Bitte. Ich werde aber auch wahrscheinlich anknüpfen, mich da an die eine oder andere Frage, die es gibt, um mich zu melden. Das ist aber nicht so wirklich eine Frage. Wenn jemand wirklich Wissensfragen hat, würde ich vorlassen. Diesen würde ich dazu Stellung beziehen, weil ich glaube schon, dass es notwendig ist. Okay, du hast eingeleitet mit, es gibt drei verschiedene Grobeinschätzungen, wie Menschen, auch Kuba-Freunde, der Aktualisierung gegenüberstehen. Also es ist irgendwie Angst davor, dass der Sozialismus schon weg sei, dass er dann auf dem Weg sei zu verschwinden oder die Linie, die sich eher als gelassen war, glaube ich, deine Wortwahl versteht. Ich möchte mich einmal ganz kurz für die Linie der Gelassenheit aussprechen und das auch begründen. Ich glaube, das hat auch der Kollege Langer hier vor Ort getan. Meiner Meinung nach auch sehr sinnvoll. Wir haben wenig über die konkreten Aktualisierungen heute gehört. Das heißt, ich muss voraussetzen, dass wir ein paar Sachen davon einfach kennen und wissen bereits hier im Raum. Ich glaube, dass ein zentraler Punkt von vielen diesen Aktualisierungen sehr wohl erstmal einen groben marktwirtschaftlichen Charakter haben. Nun ist es grober Umflug zu behaupten, dass ein Sozialismus nicht auch in der sozialistischen Ökonomie nicht auch marktwirtschaftliche Elemente hätte. Also selbst eine Albanie unter Inva Hoca hatte zu krassesten Zeiten mindestens 7% des Produktionssozialproduktes aus marktwirtschaftlicher Produktion. In der DDR waren es bis zu 40%. Also da kann man nicht sagen, dass es eine reine sozialistische Produktion hundertprozentig je erfüllt gewesen wäre. um das daran zu messen. Wichtiger finde ich doch die Frage, ist der sozialistische Charakter der Produktion in Kuba im Allgemeinen und im Gesamten erhalten. Und dann finde ich das interessant, wenn der Kollege Langer sagt, es musste wieder, deswegen finde ich auch schlüssig, dass er über diese harten Nepochen redet, es musste wieder hin zu einer Stammwirtschaft gekommen werden, die in der Periode especial nicht möglich war. Und danach wurden Erneuerungen im Energiewesen gemacht, das im Jahr 2008 schon wieder die Situation war, dass man auf dem Devisenmarkt irgendwie mit nichts dastand und da ebenfalls eine langfristige Produktion nicht so einfach möglich ist. Also es ist für mich total schlüssig, genau diese Sachen jetzt hier anzusprechen. Was können wir als Kuba-Freunde überhaupt mit diesen Informationen anfangen? Wir können jetzt natürlich die einzelnen Instrumente, die beschlossen werden, die beschlossen worden sind, durchgehen, Öffnung für kleine Kooperativen, bist du zehn Angestellte und so weiter. Und dann diskutieren, sind die Kontrollmechanismen, die Kubanerinnen und Kubaner beschlossen haben, sozialistisch genug für uns. Finde ich aber ganz schön vermessen, wenn man irgendwie anlängt, dass wir die Gesamtdiskussion, die auf Kuba geführt worden sind, ich meine, seit wohl mehrere Jahre, nicht nachvollziehen können. Und keiner von uns hier wird auch Experte genug sein, irgendwie in der Forschung des Bewusstseinsstand der kubanischen Bevölkerung oder nicht. Ich glaube, dass wir festhalten können, dass es eine Plannützigkeit ist, hin zu einem Plan, die Planwirtschaft wieder zu erfüllen und dass diese Instrumente dafür genutzt werden, reale Marktwirtschaft, die heute noch oder gestern noch im Bereich der Schattenwirtschaft gelaufen sind, Korruption, Schwarzmarkt etc., in einen öffentlichen Bereich zu holen und unter öffentliche Kontrolle zu stellen. Du hast als Beispiel genannt mit dem Rechnungshof, der gemacht wird. So hat ebenfalls der Kollege Cardillo, Genosse Cardillo, der letztes Jahr hier im Raum war, auch argumentiert gewesen. Und ich glaube, dass das die interessante Frage ist, die wir uns hier stellen können. Dann hatte sich der Günter noch gemeldet und dann würde ich sagen, er geht nicht wieder das Wort an den Vortrag. Also, ich kann auch erst mal machen, dass wir auch auf dem Fall sind. Ja, und du willst jetzt gleich mal. Man sieht an diesen ganzen Zweifeln und Diskussionen, wie kompliziert diese ganze Entwicklung ist. Und es wird noch Jahre dauern, bevor sich das alles konsolidiert hat. Und das ist alles noch im Schluss. Natürlich, das sagen auch die Kubaner, wenn man also mit ihnen spricht, sind das sehr viele Sachen, die auf den Bürger dort einstürzen. Ja, die also sehr, sehr schwer zu verstehen sind. Obwohl man sich also auf allen Ebenen bemüht, ein Schulungssystem durchzuführen. Und alle wirtschaftsleitenden Kader wurden zum Beispiel in der neu geschaffenen Hochschule des Staates, also der Regierung, haben ein Diplom gemacht in den letzten Jahren und wurden mit den neuen Liniementos vertraut gemacht und geschult. Aber die Umsetzung ist natürlich kompliziert. Und nicht umsonst sagen die, zumindest der Raul und der Machado in ihren Reden, der Sozialismus ist noch kein Kommunismus. Und das ist sehr schwierig unter den kubanischen Bedingungen. Kuba kann man also mit keiner Phase mit China vergleichen. Und der Raul Castro ist schon einige Mal in China gewesen, auch mit 30, 40 Ökonomen. Die haben also dort sich umgesehen und studiert. Es ist schwierig. Also ich wollte natürlich nicht den Entdruck erwecken, als wäre die Lage schlechter geworden. Im Gegenteil. Es ist eine Konsolidierung vorhanden, wo also die kubanische Wirtschaft und Sozialpolitik sich durchsetzt und nach dem Plan. Der Plan ist natürlich etwas hoch gegriffen, sodass also bei jeder Abrechnung einige Prozentpunkte in der Erfüllung fehlen. Und der Eindruck entsteht, dass die Wirtschaft sich nicht entwickelt. Aber absolut gesehen gibt es immer einen Zuwachs in den letzten Jahren. Und das stimmt optimistisch. Natürlich hat es ja viele Veränderungen gegeben. Nicht nur personalbedingt, also in der Führungsspitze. Also ich kenne ja nun die Politik der kubanischen Führung seit 1964 direkt. 1964. Und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass seit dem Jahre 2007, 2008 eine stabile Politik durchgeführt wird. gemeinsam mit den Kubanern, mit dem kubanischen Volk. Aber die, und deswegen sagt auch der Raul, in jeder größeren Rede, das Schwierigste ist, die Mentalität der Bürger zu ändern. Das ist das Allerschwierigste. Und jedes Volk hat seine eigenen Augen. Zu den Genossenschaften. Genossenschaften gibt es momentan drei Typen. Drei verschiedene Typen. Jede ist etwas anderes, aber das würde zu weit führen, sich darüber auszulassen. Ja, die ersten wurden gegründet mit dem Sieg der Revolution. Dann wurden die CC, also die Kredit- und Dienstleistungs- das waren die ersten. Die zweiten waren die Produktionsgenossenschaften. Und die dritte, das waren die Basiseinheiten, also die drei aus den Zuckerrohrfeldern, den staatlichen großen Zuckerrohrfeldern, geschaffen worden. 93. Um den staatlichen Landarbeitern eine Lebensgrundlage zu geben. Da gibt es sehr viele, die würden aber ins Detail gehen und da reicht die Zeit nicht dafür aus. Ich bin dabei, das alles auch zu sammeln und für das nächste Buch zu verarbeiten. Aber es ist natürlich eine interessante Sache. Energie. Die Energie, natürlich gibt es Versuche für alternative Energie. Die gibt es, die gab es auch schon vorher gegeben. In der Akademie der Wissenschaften in Zandjage zum Beispiel, da wird sehr viel mit Biomasse gearbeitet. Und dann gibt es in der Truppe die Arbeit in der Windenergie. Es gibt eine Konzeption, das ist jetzt, der neue Industrieminister hat das jetzt verleuten lassen, dass, klar, in der Stunas wird jetzt der nächste Windpark errichtet, aber es gibt eine Konzeption zur Entwicklung der alternativen Energie. Und der Schwerpunkt ist Biomasse dabei. Nicht in der Sonnenenergie ist in den Gebirgsgegenden. Das Problem ist nicht so sehr die Erzeugung der Energie, Sonnen- und Windenergie. Es gibt auch die im Norden der Insel mit der Tide Versuche. Das Problem ist der Transport der Energie. Der ist unheimlich teuer. Längste Insel, die Ausdehnung ist sehr groß. Da gibt es sehr viele Probleme, die würden so weit führen. Die Rücken, oder das ist nicht so. Die sagen selber, das letzte Mal hat der Genaßen Machado gesagt, also wir bauen unseren Sozialismus auf und brauchen keine Ratschläge von außen. Und so ist es auch. Das ist schwierig von außen, dass jedes Land hat andere Bedingungen. Mal sehen. Ich bin der Meinung, dass die Kobaner sich dadurch ich wenn man mit Kobanern spricht, dann kriegt man natürlich auch andere Eindrücke. Ich gehe davon aus, ich muss die Politik der Verteilung und der Regierung untersuchen. das ist ja das, was ich schließlich durchsetzen muss. Dann machen wir weiter mit Güter. Ich habe eine kurze Bemerkung und eine konkrete Frage. Also erstmal ist es glaube ich hilfreich, wenn man nicht von kapitalistischen Elementen im Sozialismus spricht, sondern von weitwirtschaftlichen Elementen. Das ist auch tatsächlich was völlig ich habe das nicht gehört. Also ich meine es geht um marktwirtschaftliche Elemente und das natürlich Marktwirtschaft und Kapitalismus sind keine Synonyme. Das ist natürlich klar, das glaube ich schon richtig. Aber ich habe eine konkrete Frage und zwar zu den Plänen. Also weil das ist mir jetzt auch nicht so deutlich geworden. Ich habe auch mal versucht mich damit ein bisschen zu befassen und bin ja nicht wirklich daraus schlau geworden. Heinz, wenn du kurz sagen kannst, wann ist genau von wann bis wann es fünf Jahre oder sonst welche Pläne überhaupt gegeben hat auf Kuba. Zumindest nach Meinung dafür halten. Also ich habe da eigentlich noch nie wirkliche Pläne gesehen, also die jetzt zum Beispiel fünf Jahre lang von dann bis dann irgendwie galten. Weil wir haben gut, ach die Antwort war, dass ich die haben. Also ich wollte nochmal fragen, ob ich da irgendwas übersehen habe, aber ich finde irgendwie es gibt eigentlich nie aus verschiedenen Gründen eine geordnete Planwirtschaft. Ob sie mit Hurricanes, mit Sonderperiode, mit Blockaden zu tun haben, wie auch immer, dass es schwierig ist, aber gibt es sie oder gibt es sie nicht? Ja. Kann ich ja zugleich sagen. Also Plan, der erste Fünfjahrplan, der erste Fünfjahrplan, wurde da erarbeitet, im Herbst 1974. da war ich zufällig dort mit einer Delegation, die den Auftrag hatte, dem Fidel zu erklären, dass die Wirtschaft der DDR kein Zentrum Warnhaus ist. Nachdem der große Karai gewesen ist, während des Besuches der ersten Honecker-Delegation im Februar 1974 in Kuba. So, und als wir dann im Herbst hinkamen nach Kuba, da war der Fidel jeden Abend bei uns im Gästehaus und da hat er also davon erzählt, dass der erste Fünfjahrplan erarbeitet wird, deswegen weiß ich das ziemlich genau. Wir hatten Planabstimmung jedes Jahr. Es gibt Jahrespläne und dann gab es die Fünfjahrpläne, die wurden immer abgestimmt zwischen den sozialistischen Ländern, weil da meistens sind große Investitionsobjekte, schlüsselfertige Anlagen und so weiter und auch die Preise und Zuckerlieferungen und so weiter. Also die Planwirtschaft gibt es eigentlich schon so lange ich mich erinnere, zumindest seit seit 1974 haben die immer Jahrespläne gehabt und auch Fünfjahrpläne. Nur nach 1990 ging das alles den Bach runter, da war das überhaupt nichts mehr davon. Es war ordentlich möglich und da hat sich natürlich eine Disziplinlosigkeit eingeschlichen vor allen Dingen bei den verantwortlichen Funktionären. Man hat sich abgewöhnt mit Verträgen zu arbeiten, man hat sich abgewöhnt Rechnungen rechtzeitig zu zahlen und überhaupt zu zahlen, weil es endet alles im Chaos und deswegen haben die jetzt damit unheimlich zu arbeiten und momentan der Fünfjahrplan läuft bis 2015 und es wird an einem Perspektivplan gearbeitet bis zum Jahre 2030. Also das ist dann mehr so eine wissenschaftliche Prognose wie das Modell aussehen wird. Da hinten noch eine Wortmeldung an Albrecht ganz gut. Ja, okay, also ich bin die Anna von FJ, ich habe einen kurzen Nachhalt ganz kompletten alles so ein bisschen einhellig oder widerspruchslos vielleicht würde mich eigentlich auch am meisten interessieren und zwar dran in den Details sondern grundsätzlich da muss es doch oder ich hoffe dass es da heftige Diskussionen gerade in der Partei gibt was ich bislang aus deinen Ausführungen überhaupt nicht gehört habe und was ich deswegen sehr beruhigend fände, wenn es nicht gäbe aber ich bisher auch eben selbst darüber nichts lesen konnte weil klar kann man sagen der Sozialismus steht fest in der Verfassung oder sonst aber ich glaube wir alle wissen sehr gut dass der Sozialismus eine sehr hart umkämpfte Angelegenheit ist in der heftige Widersprüche aufeinander knallen können und das auch verloren gehen kann und sich mir schon auch gerade aufgrund meiner Ausführungen die Frage stellt ob nicht der Weg also es unabhängig davon ob das einzelne nachwirtschaftliche oder kapitalistische Element das richtige oder falsche ist aber immer ja die Frage im Hintergrund steht welcher Weg wird eingeschlagen der sozialistische oder der kapitalistische und mir deine Ausführungen da insofern tatsächlich eher Sorge als Beruhigung bereiten weil ich auch den Eindruck habe dass ein ganz wichtiger Punkt etwas immer mehr in den Hintergrund tritt in Kuba die Frage dessen dass das politische das im Vordergrund stehende sein muss also nicht nur die ökonomischen Fragen sondern auch die politische und deswegen die Frage gibt es da nicht heftige Diskussionen hoffentlich über den grundsätzlichen Einschlag den grundsätzlichen Weg den man da einschlägt und ob du dann überraschst nach ich sage wir sammeln also ich schaffe ich mir auch nicht also ob der Sozialismus das war glaube ich so dass sie gemeint hat dass ob da nicht eine heftige Debatte ist in der Pro-Konflit Ebene was die Priorität hat der wirtschaftliche Bereich und Kompromisse im wirtschaftlichen Bereich oder ob das politische nicht doch Priorität zu sein hat war das ja etwa so das hängt zusammen natürlich gibt es Debatten und die sind oftmals sehr heiß bei den kubanischen aber im Prinzip sind sie sich einig das das ist also schon seit Jahren also seit den Parteien gegründet worden ist also als einheitliche Partei 64 65 ist das klar der Sozialismus wird aufgebaut bloß wie da sind natürlich in jedem Land die Bedingungen anders und darüber wird diskutiert vielleicht noch eine Ergänzungsfrage gibt es denn da sagen wir mal eine auch eine meinungsmachende Bereich in der kommunistischen Partei zum Beispiel oder in den Führungskreisen die gegen diese marktwirtschaftliche Öffnung die ja auch praktisch eine Notwendigkeit ist um zu überleben in der Situation Dollarisierung auch eine Notwendigkeit war die da opponiert oder heftig dagegen gearbeitet sicherlich gibt es Diskussionen deswegen diskutieren die immer prinzipiell Fragen diskutieren die immer mit jedem Wohnblock also mit jedem Bürger werden die diskutiert aber im Grunde genommen sind sie sich darüber klar diese sogenannten Öffnungen die man sind eigentlich gar keine Öffnungen im Grunde genommen die sind nur dazu da den Staat effektiver zu machen damit er wirklich um die Grundlagen des Sozialismus kümmern kann und nicht um den Stempel für irgendeinen Handwerker das im Grunde genommen sieht das auch jeder Kubaner ein dass die ganze staatliche Bürokratie sich nicht um um Sachen kümmern kann die das gesamte System nicht voranbringen also es ist ja auch nicht gesagt und deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt die die Arbeit auf eigene Rechnung eigentlich ist die Strategie liegt die in den in den Genossenschaften dass die Genossenschaften es wird von diesen drei Arten landwirtschaftlicher Genossenschaften und die jetzt entstehenden Genossenschaften außerhalb der Landwirtschaft die Erfahrungen des Genossenschaftswesens werden zusammen abstrahiert und es kommt ein Genossenschaftsgesetz das ist in Arbeit welches die Grundprinzipien für alle Arten von Genossenschaften vereinheitlich dienen und dann für alle Zustände sind das also die Genossenschaften die Hauptform der nichtstaatlichen Tätigkeit sein werden und das ist ordentlich gesagt wie lange das sein wird das hängt von der konkreten Entwicklungsbedingung ab natürlich kann man theoretisch viel festlegen aber diejenigen die selber mal in einem sozialistischen Land gearbeitet haben die wissen ganz genau wie schwer das ist das alles durchzusetzen theoretisch ist vieles klar ich habe eine Frage zum Verhältnis der ich nenne es mal zu allgemeinen Kopfarbeiter und Handarbeiter Kuba ist ja etwa durch seine Ärzte und Pädagogen qualitativ und quantitativ sehr gut aufgestellt und auf der anderen Seite fehlt es schon seit Jahren an Leuten die in der Landwirtschaft Bäuerinnen und Bauern und sie haben gesagt im produzierenden Bereich jetzt soll der Hafen irgendwie da gebaut werden und da fehlt es auch an Leuten die da arbeiten wollen und jetzt gibt es Anreize meine Frage dazu wie ist neben dem subjektiven Faktor ich stelle mir es auch schöner vor im Krankenhaus zu arbeiten von dem was ich da auch gesehen habe gegenüber dem wie es da in der Landwirtschaft teilweise aussieht wie sieht es denn jetzt im materiellen sie haben von den Anreizen gesprochen wie ist denn eigentlich im Moment das Verhältnis zwischen dem was ein Bauer und womöglich der mit diesem Stimulus da im Hafen was verdient der im Verhältnis zum Lehrer oder der Werner und dem Arzt und der Ärztin und wird da ich vermute dass da auch ein sehr großes Ungleichgewicht ist zwischen den Akademikern und den Handarbeitern und tut man denn um das geschieht da was um dieses von mir vermutete Missverhältnis auszubalancieren denn wenn es da nicht gut ist arbeiten und man verdient schlecht dann kann man natürlich viele Beschlüsse fassen aber es tut sich nichts wie sieht denn das konkret aus die ist auch in die Richtung eben habe ich eine Zahl mal konkret mitgekriegt dass nur 150.000 Leute in der Landwirtschaft arbeiten da würde mich interessieren für wann galt diese Zahl und wie hat sich das jetzt verändert die zweite Frage geht zur handwerklichen Ausbildung also ich bin auch ziemlich oft drüben die Kubaner mir erzählt ja früher hätte es handwerkliche Schulen gegeben bis zur Revolution die werden danach zugemacht worden das heißt danach hat die Regierung also da war eben über lange Zeit Hauptaugenmerk auf akademische Ausbildung und jetzt habe ich die Debatten mitgekriegt auch die Ängste die viele Leute haben die meisten die jetzt rausgesetzt wurden oder werden sollen sind Leute die nichts wirklich sinnvolles gelernt haben die haben verwaltet wie du gerade beschrieben hast vier Leute auf allen Kosten so und jetzt werden Leute rausgesetzt denen sagt man ja arbeitet mal was die können nichts ich erlebe aber auch nicht dass man sagt okay also weil jetzt wurde irgendwas gebremst ich glaube es ging um eine halbe Million Leute die hätten eigentlich schon vor einem halben Jahr entlassen werden sollen dann wurde das gebremst weil man gemerkt hat was das für Ängste ausgelöst hat und die Leute sind nicht vorbereitet aber ich sehe es bis jetzt auch noch nicht dass sie vorbereitet werden warum passt man die nicht zusammen sagt solange wie ihr hier sowieso noch umsitzt und nicht wirklich sinnvolles tut geben wir euch eine Ausbildung in irgendwas sinnvollem für ein halbes Jahr oder ein Jahr was ich erlebt habe die Leute die gehen raus da sitzen junge Männer junge Frauen die auch was sinnvolles arbeiten könnten die sind jetzt Quenta Propistas und schaukeln sich die Eier hinter ihrem Verkaufstisch wo sie morgens in die staatlichen Läden gehen und die leer kaufen während die die dollen die immer noch für den Staat arbeiten keine Zeit haben und wenn die aus der Arbeit kommen dann gibt es die Produkte die sie brauchen nur noch bei den Quenta Propistas für doppelten Preis das ist eine Entwicklung da fasse ich mich am Kopf wie ist sowas möglich sowas weiß man vorher und weiß auch wie ich erlebe wirklich nicht dass die Leute die freigesetzt werden sollen dass man sich darum kümmert dass die eine sinnvolle Tätigkeit überhaupt erstmal erlernen können weil da ist natürlich die ganz große Angst das kann nicht jeder Pizza backen die Leute die müssen eine Perspektive haben und auch nicht jeder kann aufs Land gehen und Bauer werden wäre natürlich nett aber wenn die nie gelernt haben nutzt ihr auch nicht die auf dem Land zu schicken das sind Sachen die ich natürlich auch nicht beantworten kann von der Logik her hast du natürlich vollkommen recht also momentan weiß ich nur dass etwa die doppelte Anzahl von Menschen auf dem Land leben als vor 5-6 Jahren das sind etwa jetzt eine halbe Million und das geht nicht nur darum um den Leuten auch was an Nahrungsmitteln zu geben sondern es geht auch darum die Strukturen auf dem Land zu verändern schuldweise Jahr also es waren zum Teil trostlose wenn man über die Dörfer gefahren ist trostlose Gegenden das hat sich wohl mit der doppelten Anzahl von Menschen die jetzt dort tätig sind verändert wie das nun mit der Stimulierung also ich weiß nur dass führende Leute der Partei und der Regierung gesagt haben wir müssen also mit all diesen Modernisierungen des Wirtschaftssystems in erster Linie auch die Frage der Preise und der Löhne verändern und nicht nur die Währung die doppelte Währung ist eine strategische Aufgabe und das soll also Rauren selbst hat gesagt ich weiß dass also ein normaler Arbeiter nur einen halben Monat mit dem Gehalt was er bekommt auskommt also an subventionierten an subventionierten Lebensmitteln und jetzt will man die Subventionen also die Libretta will man schrittweise abschaffen und nicht mehr alle auch die Spekulanten mit subventionierten Lebensmitteln bedienen sondern nur die Bedürftigen also gezielt das sind einige Sachen die sind vollkommen in Veränderung und kann ich ja jetzt wirklich nicht sagen Widerstand ist auf jeden Fall arbeiten die das weiß ich zum Beispiel aus meinen letzten Gesprächen die ich hatte die Leute die zum Beispiel in der in den Organophonikos in den Städten arbeiten die verdienen etwa 1200 1300 peso ja und ein normaler Angestellter der berichtete die Lohn ist gegenwärtig 556 556 546 peso dann gibt es große Unterschiede große soziale Unterschiede und nicht von denen gesprochen die von Ausland Wirkung also Gewiesen bekommen ja also der Kurs ist immer nach wie vor 1 zu 25 das sind alles Probleme die in dieser Kommission gegenwärtig bearbeitet werden des Ministerrates und die natürlich gelöst werden müssen auf jeden Fall momentan sind sie noch nicht gelöst und ich weiß ich habe leider keine andere Information vielleicht ein positiver Gedanke wenn man also festhält dass zum Aufbau von Sozialismus Planwirtschaft gehört dann kann man natürlich nicht alles planen ich war in einer Solidaritätsbrigade der Deutschen Kommunistischen Partei in Kardenas und wir haben dort ein Kinderkrankenhaus aufgebaut und in der Zeit war eins dieser grausamen Unwetter die schon immer mal Kuma reinsuchen und das ist eine Stadt am Wasser liegt natürlich wie ist das so bei einer Insel nicht alles am Berg und die Teile die eben ständig unter Wasser so ähnlich wie bei uns hier Holland und keine Deiche die waren natürlich abgesoffen und die Leute hatten von einem Tag zum anderen keine Bleibe nichts mehr was sie da nicht hätten können innerhalb von kurzer Zeit waren die Bauarbeiter die in unserem Projekt arbeiteten abgezogen kamen andere Bauarbeiter aus anderen Projekten kamen Menschen die eine Wohnung brauchten wurden von ihren Getrieben freigestellt und innerhalb von einem halben Jahr hat man diesen Menschen auf einem höheren Plateau dieser Stadt Karinas eine neue Bleibe nicht eine nicht eine Hundehütte sondern ein vernünftiges normales Haus wie ein Mensch die auf Kuba sozusagen gewöhnt ist wenn er auch auch wenn er auf Lande wohnt oder in einer kleinen Stadt das haben sie bekommen ich sagte ja im Plan kann man nicht alles planen und jetzt gab es also in der Zeit hat es viele Hurrikanz gegeben aber in diesem Jahr gab es wieder einen aber für die westdeutsche Wahrnehmbarkeit war der nur auf New York und säuft nun New York ab oder was passiert da hier ist von Kuba überhaupt nicht die Rede gewesen aber Santiago de Kuba was auch tief am Wasser liegt da sind Wohngebiete der Altstadt zerstört worden da könnte einem das Auge drehen aber das muss doch im Plan bewirtschaftet werden und wieder neu aufgebaut werden wie passiert das vielleicht noch eine Wortmeldung der letzte der letzte Hurricane der hat leider auch das erste Mal eine größere Amt Menschenleben gefordert also neun in Santiago und zwei in Guantanamo es war natürlich eine große nationale Solidarität die Regierung hat sofort also der Krisenstab ist zusammengetreten unter Leitung des Wirtschaftsministers ist Maßnahmen beschlossen also 50% Ermäßigung für alle Baumaterialien und alle notwendigen Reparaturen die dort zu machen sind zwar 250.000 Wohnungen in Ostprovinzen zerstört vollkommen zerstört und die Wohnsubstanz in Zürich in Santiago und der ganzen und ländlichen WU war sowieso schon immer sehr sehr fragil also sehr warnt was alles nur vorhios und leicht wurden also es wurde eine Solidarität es waren zum Beispiel nach 14 Tagen waren 2300 Elektriker aus dem ganzen Land dort konzentriert wurden Raul Castro hat in seiner Rede in Santiago gesagt ich gehe nicht wieder zurück nach Havala nicht bevor alle Provinzen wieder mit Strom versorgt sind und das ist gelungen über 300 venezolanische Jugendliche gekommen die dort geholfen haben Bauarbeiten durchzuführen es wurden also Materialien antransportiert und dann setzte die internationale Solidarität vor allen Dingen aus Venezuela ein und aus Russland wiederum wie 2008 sind einige Transportmaschinen aus Russland gelandet und haben dort Lebensmittel gebracht war das staatliche Unterstützung oder von staatlichen natürlich ist noch nicht alles aber der Staatshaushalt hatte Reserven eingeplant für solche Katastrophen auch der Staatshaushalt 2013 jetzt wieder hat 700 Millionen Pesu eingeplant für solche unvorhergesehenen Wetter und die in Kuba immer hast es ist schon eine große Problematik aber die haben relativ schnell gehandelt und auch gut wobei also die Zementproduktion Kuba hat früher Zement exportiert wir haben jetzt ein Zementwerk gebaut mit einer Kapazität von 1,3 Millionen Tonnen pro Jahr das hat leider nur zu 50% produziert jetzt aber Kuba hat Zement exportiert in die Karibischen Inseln Postprobleme mit Dächern vor allen Dingen Dächer und jetzt ist eine Vorordnung des Bauministeriums herausgekommen und die haben gesagt wenn wir neu bauen müssen wir stabiler bauen also resistente Wohnstände ja also nicht solche Hütten die am ersten sind sehr fliegt ich melde mich jetzt mal vielleicht selbst zu Wort und wollte einfach den Bereich der energetischen Revolution der klang ja eben schon an nochmal zwei Sätze zu sagen zum einen haben wir am 16. 5. hier eine weltische Filmemacherin die zu Kuba einige sehr gute Filme gemacht hat und über die alternativen Energien und diese energetische Revolution auch zu dem Alphabetisierungsprogramm was Kuba macht und auch zu den internationalen medizinischen Hilfe die Kuba anbietet in Ausbildung und auch in konkreter Hilfe in ihrem langen Film geht es über alternative Energien und auch Energieeinsparung und die Kubaner haben ja vor einigen Jahren praktisch alle eingesammelt und Energiesparlampen ersetzt sie haben diese großen Generatoren überall in den Provinzen installiert die also meistens mit Diesel lokale Energie erzeugen und dann Energieverluste über die langen Leitungswege vermeiden und auch wesentlich günstiger Energie produzieren können und ich glaube diese Investitionen haben sie schon in wenigen Jahren fast amortisiert was wir da an Öl und sonst was eingespart haben für diese Investitionen und so geht es denke ich weiter in diesem Bereich und hat da sehr schöne Bilder sehr schönen Eindruck auch über diesen ganzen Prozess des Umgangs mit Energie in einem Land mit geringen Mitteln natürlich arbeiten die auch mit Sonnenkollektoren und das ist eine Geschichte oder auch wenn man sieht diese Windgeneratoren sind auch sehr schön aber da kommen ein, zwei Hurricanes pro Jahr vorbei die müssen also zum Beispiel abmontierbar sein oder knickbar sein oder sonst irgendwas dass sie in Sicherheit werden können das sind Probleme mit denen wir hier in Deutschland überhaupt keine Sorge haben aber all das muss bedacht werden und ich denke diese Ansätze sind auch die anderen die schon hier erwähnt worden sind mit Biomasse Gezeitenkraftwerken und so weiter sind sicherlich auch sehr ansprechend man darf nie vergessen dass Kuba ein Entwicklungsland ist was mit geringen Ressourcen versucht denke ich auch umweltfreundlich und nachhaltig zu arbeiten in vielen Bereichen und auch Entwicklungen anzuschieben im eigenen Land und auch in anderen Ländern denen es noch schlechter geht als Kuba in einer mehr menschlichen Gesellschaft und über was wir heute gesprochen haben ist natürlich viel die wirtschaftliche Entwicklung der wirtschaftliche Status die Effizienz in Kuba und dass Kuba einfach aus dieser Situation raus muss auch in Richtung auf eine Währung auf mehr auch ein Stückchen mehr internationale Konkurrenzfähigkeit Kuba lebt ist zwar eine Insel aber sie lebt nicht auf einer Insel und um Ressourcen da zu generieren auch gewisse Änderungen nachwirtschaftliche Änderungen denke ich auch einführen aber das wollte ich gar nicht sagen ich wollte also das ist eine Sache die sehr teuer ist die Energie umstellung ja also und die haben natürlich durch die Alba und durch die Kooperation mit Venezuela sehr große Vorteile ja das war die das war die große Rettung aber teuer ist es trotzdem und die haben natürlich sie haben zum Beispiel Windkraftwerke in Experimentierphase gehabt abknickbare Windräder was die Franzosen getestet haben auf ihren karibischen Inseln die noch Kolonien sind das ist eine verhaltete Technik nachdem die Kubaner diese Technik übernommen haben oder gekauft haben haben sie festgestellt haben sie festgestellt dass das nicht entweder für Kuba dankbar ist dann haben sie einen großen Windpark auf der Insel der Jugend installiert gebaut 2008 als die drei großen Stürme hintereinander über die Insel bräuchten bei der Windpark vergessen weg es ist außerordentlich schwierig deswegen hat die von Anfang an auf Biomasse gestanden anderen ich habe zum Beispiel selbst ich war im Zuckerministerium vor einigen Jahren und wir wollten das Projekt realisieren Edelene auf Zuckerrohr verarbeiten und zur gleichen Zeit hat Kusch seine ganzen Auto Erzeuger zusammen geholt und hat gesagt warum wollt ihr andauernd unser schönes Erdöl ausbeuten ihr müsst mal den Mais und die andere Biomasse die wir haben verarbeiten für Treibstoff so und einen Tag später kam eine Reflexion von Fidel Welt und hiermit beginnt die Welthungerkrise Er hat natürlich den Kubaner mehr daran gedacht Zuckerrohr zu verarbeiten und zu verfeuern Das sind alle solche Sachen die sind vom Moment abhängig aber die Kubaner arbeiten daran wie gesagt vor Jahren haben sie begonnen mit Biomasse die Sonnenkollektoren die haben die produzieren selbst in Pinar de Rio haben eine Fabrik die dort also vor 89 entstanden ist und versuchen jetzt erst in kleinen isolierten Einheiten in den Gebirgen die Schulen auszustatten und damit also das Schulprogramm durchgeführt werden es wird daran gearbeitet aber dazu gehören eben große finanzielle und andere wirtschaftliche Potenzen das wird schon werden aber schon weiter Elisabeth Ja für einzelne Menschen schaffen, dass sie eigentlich noch ärmer werden oder dass sie in einem sehr viel höheren Konkurrenzdruck auch stehen in dieser Gesellschaft, die also jetzt sozusagen hier jetzt sich dann selbst fertig werden muss und selbstständig sein kann. Das bedeutet auch mehr Konkurrenz in einer Gesellschaft. Das bedeutet vielleicht auch Entsolidarisierung, ein größeres Stück in einer Gesellschaft. Und es sind ja auch Probleme, die ich denke jetzt so von mir aus gesehen auch für sehr gravierend in der Entwicklung der kubanischen Gesellschaften sehe. Wie geht man damit eigentlich um? Und klar, wenn die Menschen jetzt, die einen haben mehr Geld, die anderen können sich mehr kaufen oder kommen mehr an Devisen und andere Dinge dran, das bedeutet mehr Ungleichheit eigentlich auch erstmal. und nicht erstmal eine Verbesserung unbedingt der allgemeinen Situation für alle Menschen. Da kann man viele Pläne, Wirtschaftspläne und Sonstiges machen, aber das sind dann halt auch irgendwie so abstrakte Pläne, wie man sie ja auch schon vielleicht auch von anderen Situationen her kennt, die nicht wirklich zu einer Veränderung der Gesellschaft oder zum Sozialismus und die auch noch man das nennt, oder? Ja, das ist natürlich eben ein ganz schwieriges Problem, ja. Auf jeden Fall versucht die Partei in ihrer täglichen Arbeit, die Partei sollte ja nicht in die staatlichen Belange so einwischen, wie das früher bei uns Gang und Gehbe waren, sie sollte den Menschen arbeiten und versuchen, den Menschen klar zu machen, dass das Land nicht mehr verbrauchen kann, als es produziert. Das ist ein kompliziertes Problem, dass jeder versteht, dass er vor allen Dingen mehr arbeiten muss und dass die Ökonomie effizienter sein muss. Wenn nichts richtig rauskommt, dann kann man auch nicht richtig konsumieren. Das ist eine ganz einfache Wahrheit, aber das einzusehen, das muss organisiert werden und deswegen ist es außerordentlich wichtig, dass eine einheitliche Währung entsteht. Und dazu sind, da sind sehr viele, da ist eigentlich alles, alles drauf konzentriert, dass die Effektivität der gesamten Wirtschaft besser wird. Dass man also, jetzt momentan ist man schon dabei, im Rahmen der ALBA eine andere Verrechnungswährung durchzusetzen. Einige Länder sind da schon etwas weiter, aber das ist auch nicht die Endlösung. Davon arbeiten sie ja auch. Und die sagen auch selber, wir müssen das in Rechnung stellen, dass eine Differenzierung in der Gesellschaft unter Kubanern, die an sich der einheitlichste ist, einheitlicher als in irgendeinem europäischen Land, weil die Kubaner sind da ganz anders. Aber das ist eigentlich das Hauptproblem. Ja, ich denke, das geht nicht immer nur einfach, wenn man die Produktivität steigert, also dass es allen irgendwie vom Gesamt her gesehen dann besser geht, aber dieser konkrete Prozess innerhalb der Gesellschaft, dass man sich solidarischer fühlt, was ja auch dann sicher auch dazu geführt hat, oftmals, dass man diese Probleme, die Herkunft und sowas verursacht haben, dann auch wirklich auch solidarisch lösen konnte. Ja, da sehe ich so ein bisschen, also auch das Problem, da weiß ich auch nie, wie diskutiert man darüber? Also das muss man ja auch irgendwie sehen oder berücksichtigen, wenn man so eine Veränderung einer Gesellschaft sich anschaut, von den politischen Kräften, von den sozialen Kräften, das weiß ich was, oder auch von der Parteien. Obwohl der Zusammenhalt der Kubaner ist natürlich anders als, also was meine Erfahrungen sind, auch die in den USA leben, das sind nicht alles Kontra-Revolutionäre, das sind viele, viele, also in Mexiko allein sind über drei Millionen und in den USA vielleicht noch mehr. Die Kubaner machen auch jedes Jahr ein gemeinsames Treffen mit den Emigrantenorganisationen in Havanna. Ja, das sind nicht unbedingt Kuba-Feinde, die im Ausland leben, ja, auch die Tausende, die hier bei uns in Deutschland sind. Und wenn man Kubaner gesehen hat, ich war also hier auf vielen Inseln in der Karibik, wenn Kubaner zusammen waren, also eben Kubaner in erster Linie, ja. Also der Zusammenhalt, es ist groß, aber die soziale Differenzierung kommt trotzdem, solange das doch möglich ist, materiell, ja, finanziell. Momentan haben die sogar das neue Steuergesetz, was sie eingeführt haben. Die Einkommenssteuer wird erstmal ausgesetzt, entsprechend der ökonomischen Situation des Landes. Das wird jedes Jahr von der Nationalversammlung zum Ende des Jahres neu verhandelt. Wenn es möglich ist, die Lohnsteuer und die Einkommenssteuer für alle zu realisieren, zu aktivieren. Auch die, die Gelder vom Ausland überwiesen bekommen, von Familienmitgliedern, werden noch nicht besteuert. Also die gehen ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, Schritt für Schritt und da wird ganz gründlich nachgedacht. Deswegen ist auch die Losung und deswegen habe ich auch den Titel in dem Buch drin. Also mit Bedacht, aber ohne Pause. Und ohne Pause, also die gehen ganz vorsichtig, weil sie genau wissen, welche Fehler gemacht worden sind in der Geschichte und viele Fehler, die macht man und dann braucht man wieder Jahre, um das wieder zu korrigieren. Das sind alles Erfahrungen, das die Genossen gemacht haben, ja. Und das mit der Differenzierung, mit den verschiedenen Erwählern, das ist eben ein Problem. Das sehen wir auch, wenn wir Kuba besuchen. Es wäre aber Quatsch, darüber nach, drüber wegzugehen, ja, und zu sagen, nein, das ist schon ein Problem.